guten tag und herzlich willkommen zum bobby dick unboxing meiner ultimativen überkrassen special box dies einmal hier aus metall ich mache die mal auf sehr aufgeregt dann haben wir hier dieses wundervolle handsignierte zertifikat dann haben wir das wundervolle portemonnaie aus echtem leder das papier ist drum oder beziehungsweise zerrissen weil ich ja kontrolliert habe ob das alles passt mit den portemonnaies und damit das leder nicht alles voll saut weil es ja noch so ein bisschen nachfettet ist ganz normal habe ich das papier wieder drum gemacht so sieht das gutes stück aus mit gravierten druckknöpfen ja drin natürlich auch alles schön verarbeitet die nähte sind alle schön gemacht also kann ich nicht meckern sonst wäre es ja nicht dann haben wir die cd mit sage und schreibe 21 tracks ist quasi ein doppel album im gegensatz zu all den anderen oder vielen anderen künstlern dann haben wir hier das booklet beziehungsweise das artwork sie sehr schön finde dann haben wir hier schöne sticker mein lieblings sticker übrigens man am rande erwähnt und jetzt quasi das highlight also was den gag faktor angeht und damit kann man viel unsinn treiben einmal hier diese schöne tasche und dann haben wir das wundervolle butterfly beziehungsweise den butterfly camp das titan beschichtet graviert und der flutscht auch schon ja den kann man schon gut machen ja und das alles ergibt dann die bobby dicks special box sehr am herzen liegt wo sehr viel liebe drin steckt genauso wie in der musik also viel spaß damit und und sind ja und